Hallo, mein Name ist André Kranich. Zusammen mit meiner Mutter Melissa Kranich haben wir vor einem Jahr das Kunst-Kultur-Geschichte-Zentrum Flechtwerk Almas Wind entwickelt. Bisher haben wir einen sozialen Treffpunkt schaffen können. Wir bringen Menschen zusammen, wir veranstalten Lesungen, wir machen Weihnachtscafés, wir machen Flohmärkte. Es sind keine Grenzen geboten. Wir wollen über den Bereich Kunst-Kultur-Geschichte Menschen zusammenbringen. Bleibt dabei, wir haben noch einige Bilder zum zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020